Bei der Entwicklung der Generation 3 haben wir die Wünsche unserer Kunden mit unserer langjährigen Erfahrung im Kranbau und unseren innovativsten Technologien auf höchstem Niveau kombiniert. Für diese neue Krangeneration wurde die Stahlkonstruktion von Grund auf neu entwickelt und optimiert. Das Ergebnis mehr Widerstandsfähigkeit bei gleichem Gewicht. Zudem setzt die Generation 3 wieder neue Maßstäbe in Sachen Reichweite. Das erlaubt einen größeren Aktionsradius bei der Ladung und somit weniger Starts mit dem LKW. Der neue Comfort Drive ist unser Angebot an unsere Helden des Alltags, die Kranfahrer. Der gefederte Grammersitz sorgt für maximalen Komfort auch bei langen Arbeitseinsätzen. Dank der bewährten hydraulischen Vorsteuerung lässt sich der Kran stets feinfühlig und präzise steuern. Das 360 Grad Beleuchtungskonzept garantiert beste Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Vier zusätzliche LED-Scheinwerfer sorgen nun für eine perfekte Ausleuchtung der Abstützsituation sowie der Umgebung. Die Steuerventile sind nun unter der Sitzplattform angebracht und somit optimal vor Beschädigungen geschützt. Das optimierte Hydraulik-Setup steigert die Effizienz im täglichen Einsatz, garantiert eine außerordentliche Performance und noch höhere, aber dennoch perfekt kontrollierbare Krangeschwindigkeiten. Die neuen Zentralschmieroptionen sparen Zeit bei der regelmäßigen Wartung. Egal ob automatisch oder manuell, beide Systeme sind ab Werk in die Krankonstruktion integriert und sorgen vom Start weg für den reibungslosen Einsatz. Das neue Smart Control Assistenzsystem macht den Kran smarter und die Bedienung noch intuitiver und benutzerfreundlicher. Smart Control ermöglicht die Steuerung der Kranspitze anstatt einzelner Zylinder. Dies macht nicht nur die Arbeit selbst schneller und sicherer, sondern verkürzt auch die Einarbeitungszeit. Für die optimale Abstützung sorgen neue Optionen mit Weiten bis zu 5,4 Metern bei unverändert kompakten Abmessungen in Parkierposition. Das erhöht die Stabilität des Gesamtsystems. Die innenliegende Schlaufführung schützt die Hydraulikversorgung dabei optimal vor Beschädigungen. Stillstand ist für uns keine Option. Die Krane der Generation 3 wurden daher bereits während der Entwicklung umfangreichen Dauertests unterzogen und im Praxiseinsatz erprobt. Höchste Ansprüche an die Qualität und Zuverlässigkeit sorgen für die typische Palfinger Performance. Garantiert!